Hallo zusammen, Aizocca hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest für Speisen und Vivalität, um zu nehmen, bei Speerwintomul, auf den Ebenen von Onava, an dieser Position. Vor Quest war zur Stadt. Und jetzt dürfen wir frisches Wildfleisch sammeln. Dazu einfach in diesem riesigen Questgebiet so wilde Töten. Es muss nicht unbedingt Elite sein. Auch diese kleinen hier funktionieren. Ein bisschen was zusammen sammeln. Und vielleicht noch diesen hier. Ich hoffe, die anderen setzen nicht zurück. Das Ganze sieht auch gut aus. Mal schauen, wieviel Fleisch wir bekommen. 9, 10. Da haben wir ja schon über die Hälfte. Ich nehme die Quest auf, auf dem Beta-Server. Natürlich könnte es sein, wenn ihr die Quest auf dem Live-Server macht, dass da wesentlich weniger Mops da sind, weil mehr Spieler unterwegs sind. Und nächste Wunde Fleisch. 8 Stück, 27. Also werde ich es gleich haben. Geh, ein paar Schafe. Ich hoffe, die geben mir drei Fleisch gleich. Die fettesten Goodlands, die ich habe für die Schafe. Nur ein Fleisch. Okay, dann nehme ich so eine Armut. Dann habe ich sicher zwei Fleische dabei. Hoffe ich. Ja. Quest ist bereit zur Abgabe. Wunderbar. Quest ist abzugeben bei Speia Vintomul. Auf den Ebenen von Onava. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnier-Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.